Dann ist es wieder ein weiterer Volk, Dark Souls und ich bin froh, ich bin froh, dass es dir scheiß geht, weil... Wie soll's so hin? Ich sollte nur ein guter Zeit drunter verraten. Wie hat mein Spiel nicht gegangen, also ich bin neu installiert. Und in Steam-Modus hast du mal den 400 Vakanz initialisiert gekauft. Machen wir nicht gegangen und dann bin ich raus von... Ah, ja, hm, das wird schlau mal zu gucken, ob vielleicht... Er ist fix, den ich benutze für das Dark Souls überhaupt, wie richtig funktioniert am Computer. Up-to-date das, weil... Ich glaube, wenn ein Update führen, ich weiß nicht, für uns... In einer guter Zeit, ich den, äh, rausbrüche, ich den, ähm... Den Multiplayer-Log, also Region-Log von Dark Souls aufgehoben wird. Und das neben dem Update für die Aspects rauskommen. Und ja, den haben wir schneller, das war bisschen dumm. Da warst du ein guter Zeit schon an Gang rauszufangen, wie wird mein Scheiß-Spiel nicht gegangen. Da sind schon Paniker jetzt, oh, nee... Wie ich, ähm... Two-Play, ja... Oder, ne, äh, Games for Windows-Light, das war was. Ähm, Modus-M gestiegen, also zurückgestiegen sind. Dann stimmt so, ja... Safe-Corruption, dann wär's schon schlecht gelaufen. Ah, das kann ich mit mir spielen. Das ist schlimm. Okay, Modus... Alle Ende, oder was doch immer... Wie dieses... Ich freu dich denn aus, ich schläge den... Bis ich wärme spiele, weil... Ich hab schon... Zwei Wochen mit mir gespielt, äh... Kein gut Sinn. Und ich weiß schon, dass ich einfach krank werde, weil ich will den... 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 Ja, und, hola... Wie schlecht ich bin, ist geil von dem wollen die mir hin. Ah, egal. Ich will ein bisschen wärmen spielen, ne? Hau... Fühl mal nur ein bisschen mehr, aber so... Da geht das schon. Ein bisschen wärmen spielen... Ich hab mich so ein bisschen wärmen spielen, bevor ich aufhöhle, ma... Scheiß drauf. Boom! Nicht live! Ja... Na, ist schlimm. Na, ist schlimm. Ja... 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 Aber ich wollte sch... Leicht war aufhöhlen, ma... Erfreiden, oder so, ma... Ich war einfach zu faul. Zunehmen kommen, ich hab Turnen den darf mit... Die Panne gehen... In einer Sache gespielt, dann... Naja, ich hab den Monster Hunter mal gefangen, ne? Das ist das schön. Holy shit, man. Ich schlafe lieber mal vorteil. Das muss man nicht nach Wernschung machen. Das muss ich fokussieren. Das geht auch gar nicht. Ich sterbe mal nicht mehr, ne? Schon schwer ist das Fleisch verschwand. Das ist das schön. Also, ja, ich hab den Monster Hunter gefangen, weil, ähm... Ja, was war das? Für rund zwei Wochen, äh... Nintendo Direct, hab schon, äh... 9, 3D also so viel gestalt, dann... Für neue Spiele an. WTF den Timing? 10 out of 10? Ja, 9, 3D also so viel... Äh, viel gestalt. Den an sich schon mega lang, äh... Japan raus. Ich denke schon... Man... Ein halbes Jahr, oder so. Ich weiß nicht mehr, aber... Schon... Du wirst schon hören, dass sie schon wie lang raus sind. Das ist cool, dass sie endlich können, dann... Ich fand interessant, die Klang ist süß, Digga, so. Ma, ich interessier mich nicht mehr für Monster Hunter. Auch vielleicht Zelda, ich hab den genug gekauft, aber... Ja, schon fertig, sprich anscheinend... Ähm, hat... Ähm... In der ersten Familie... Spielfond. Also... Die erste Version, äh... Monster... WTF? Okay. Also Monster Hunter Version von dann... Da war ich noch mal glücklich, weil ich... Das war... Wie direkt war... War... Der erste Note, ich mag direkt bei Freuden. Von dem Spiel... Ähm... Wollte ich... Spielern sich Samstag 4 bestellen. Na, ah... Weil dann rauskommen aus Amazon. Und ich mag gedacht... Ah, komm, gib mal 4 bestellen eine Sonde. Dann in der Sonde geguckt... Ah, hm... Ja, schön... Wow... Gehen die erst mit. Alles rausgekauft. Und ich überall sonst nach hingucken gegangen. Hätten am Spur nicht an Amazon für 400 Euro kaufen können... Am Platz 220... Nein, 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 nein... Bitte teuer. Und ich gedacht... Ja... Dann fuhren wir mal ein bisschen anderem. Und... Gut gesagt, dass es nach... Äh... 60... Was war... Majora's Mask Versionen... Äh... Zu kaufen gehen am CD-Shop. Zu angeln dürfen, manchmal. Und... Nope. Ich hab nicht gelacht, ob der Gold ist nicht. Obwohl es auch cool ausgesagt. Am Anfang fand ich... Wollte ich den Verteidigen von den Switch. Weil... Der... Der Gold ist schon einfach ein bisschen Overkill gewirkt. Dann hätte man nicht gefallen. Ja... Ja... Heute zum Spiel. Ich geb mal einen kurzen Backtracker. Weil ich weiß nicht, ob ich... Ähm... So längst... Alles gesammelt hat. Ich geb mal einen gesehen. Gucken. Dann bin ich gar nicht mehr sicher. Weil ich bin gar nicht nur geguckt. Ich geb Schossen, dass wir... Alles geklärt haben. Nein. Dann ja. Und nein. Monster Hunter 3, der hat 4 bestanden. Soll... Ich soll ihn anscheinend in der Reichter kreien. Äh... Grundig gesagt. Weil... Ich soll... Anscheinend den Zweilift betreten. Obwohl er Reicht in 13-3 ist. Soll kommen. Nein. Gesin mal. Gesin mal dann den der. Ja. Das geht witzig. Ich bin Monster Hunter. Feier. Dann... Schlimmer. Ich... Wie gesagt. Ich bin äh... Monster Hunter im Mugelfong. Ich bin... Uh... Wii U. Äh... Weil ich eigentlich littlisch so bin. Ich bin so ähm... Was war das? Lass ich die Minden. Also die Minden für uns nehmen. Wo ich hier wahrscheinlich uploaden werde. Aber das... Gucken, Datum. Steht bestimmt da nicht da. Ja. Und ich mal... 3DS-Personen kauf. Ja. Ja. Okay. Ja. Dann kann ich bestimmt rein. Dann lass mal einen Junkpack. Dann... Es ist schwer. Weil... Überraschend, dass die Person gut genug war. Sie hat... Sie hat gut gelaufen. So mal so. Ähm... Schon äh... Da hab ich schon noch gespielt. Ich kann nicht los mehr. Da traurig das. In den 5... In den 5... In den 5. 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 Some Spiele. Ich kann nur noch eins... wie liberall sind... ...und verenspielen rasch. Vonstatolut. War es geschafft? Eine whole... ...und blöd wir uns killen! Und wenn deine PiS fehlen online... ...w consistency ist ein Verwärter. Bro besitzt hat uns. Verwärter vom Monster Hunter weiter. Du da bist mal mitgekehrten. Das war's. Oh, kalte... ... zugäkt ampere. Was ist die Focusing? Den hast du dein Fahrt. An New Orleans kannst du besser als Konteren, ist das nicht? Oh komm, hab ich da, ich vergiss mich, ob du die Meistern hast. Ah egal, also offline zu setzen. Schaffen im Griff. Flask. Was ist das, was ist das? Oh, schau's Gott. Oh, schau's Gott. Oh, schau's Gott. Okay, schönes Problem. Okay, mal den Urgriff von Stift nehmen. Oh, das ist keine Ahnung. Ja! Getur, getur, getur. Ich weiß nicht, ich will sein Leben nicht. Oh. Ja. Ja, wuuu, first try, bitch. Oh, die Chance gerade. Ah, leider kurz sind geworfen, das wird für witzig gewischt. Oder sein Schild. Ich meine, ich kann sein Schild kriegen an sein Schwert, ma. Ich weiß nicht, es sind stark Waffen an. Ich weiß nicht, ich kippe da noch mehr. Ich weiß nicht, ob ich, ähm, den ich kriege kann. Ich weiß nicht, dass ich, ähm, den ich kriege kann. Ich kriegte mein... Schutz, also mein... ...Defense-Hop-Boost. Ja, Boost-Defense. Ich kann nicht mehr machen. Ähm... Ich kann nicht zu schlau sein, ähm, ...zureck und bei der Bonfire, ... und schäle, ma. Es ist nicht zu schlau, weil ich will noch einen anderen... ... ... ... einen anderen Manni-Killer gehen. Den ich, äh, ... den ich, äh, ... eins ist nämlich facken, also ein Havel. Also ein Rang, das ist mir ja praktisch. Wenn ich herkille gehen, dann geht's noch eine Sache, Mann. ... geht's noch ein sehr... ... ähm, ... die kleine Scheisse hat. Er sammeln, indem er... ... äh, ... irgendetwas geht. Ich weiß nicht mehr. Ich meine irgendwelche Materialien für Rüstung. ... oder so. Ich meine, äh, ... Twinkling. Scheiße, irgendetwas. So schön. Ja, Mann. Warte auf, Hütti, weil sonst lebt er vor Ort an der Nachbarsch. Ich weiß, äh, ... ich meine, ... die Spawn-Tram oder so. So. Ah, scheiße. Ah, ja. Ja, 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 ja. So, gehen wir mal den Havel killen. Also, sterben. Weil die, die, die kann mich one-shotten. Egal ob ich geheilt sind oder nicht. Äh, one-shot mich egal, wer ist. Ich finde nicht stärker genug. Also, ich kann nicht noch leben. Und ich meine gar kein Damage, was ein bisschen nervig geht. Ich muss schon Kontrolls gewinnen. Okay, so. Hopp, 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 hopp. Ich mag nicht kaum durch mein Schild schlau, weil sie stärker ist. Ich bin immer schon da. Also, muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren. Ich traue mich nicht, äh, zu Kontrollen, weil ich kann... Ich, äh, ... ich manchmal probiert, ich kann nicht. Und ich kann nicht, äh, ... sterben, weil es so sterben wird. Das ist eigentlich nicht gefährlich. Okay, so. Weil an der Trabkab ich einfach direkt was geknippt. Nein, ich kann nicht mehr. Ich bin eigentlich nicht, äh, wie ich, äh, getestet und, äh, fünfmal probiert, oder so. Oh, das ist eine Masch. Ich muss ihn lockern. Okay, nicht gleich. Okay, so. Okay, so. Ich meine, wenn zwei Hände, dann hast du los genug. Weil ich, äh, werde, äh, lämen. Wird nervig, dass du ihn hin, äh, ähm, holmst. Also, wann ich, äh, ... Uwe sehren, also, ... ah, wieso so, und wann ich, äh, ... und drunter laufen will, dann, äh, scheiß'n einfach. Äh, ich läd' mich einfach nur. Und dann tut mir das nervig. So, wir machen das Leben wie eben, was wir ganz einfach mal an. Das wird lang ewig dauern. Ähh. Ich meine, ich werde noch vier zu killen. Ich meine, äh, äh, ... ja, ich meine, das geht wirklich. Das ist immer günstig auf dem Weg, ... du wär das, um halt zu killen. Aber dauert lang, ma. Geht, ne, weil. Ich trau mich nicht, ... und zu greifen, wann er aufsteht, weil... ... ich bin, ne, okay, ist es verkackt. Ähh. Ah, ja. Das war mein Fehler. Egal, ma. Ich komme mich später an, ... weil es noch gar nicht stärker noch von mich, ... weil es da lang ewig geht. Ich wollte nicht mehr weise kommen. Das ist ein Havel. Das Problem ist, wenn ich meine Souls, du, ... und jetzt sind 2.000, ... nicht stärk, ma. Ich meine, geht nicht dafür, mich zu leveln. Uh, da. Uh, shit. Das sind, äh, viele Souls. Ja, gib mir, äh, ... gib mir zu Seher, sich. Ja, das. Dann ist kein Problem. Waren wir das schnell. Hoffentlich nicht mehr, dass ich nicht, äh, ... wasch geknippt gehen, wann ich raufkomme, ... wird ein bisschen nervisch. Ehh. Egal. Aber im Mikro schießen, ... ob das ich kacke aus dem Mikro, ... weil... ... ich lief hier doch getestet, ... und dort noch, ... hat sich noch ganz okay, ... ohnehin, wie ich getestet habe. Hat mich ein bisschen stehert. Hm. Na, egal. Ich werde nicht ausmachen, ... für ein bisschen Soundqualität. Ich weiß, dass es 2-Stack mal null laufen wird, ... weil das, ... mich getestet hat, ... in einem Mal geschieht. Ja, guck, 2-Stack. Ich fache, wir sind da sogar noch 3. ... 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